Ein einzelner Gegner? Ob ich mich da reitend ran wage? Oder zu Fuß? Das möchte ich selber herausfinden. Er reitet ganz schnell wieder weg. Zwei. Da hinten liegt ein Item. Ich glaube, ich möchte mich dem eher zu Fuß nähern. Was? Das hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Hier darf ich mir keine Hilfe rufen. Autsch. Oje. Okay. Das hat auf jeden Fall eine gute Verteidigung. Was macht es jetzt? Wow. Das macht nicht so viel Schaden. 30 Schaden. Der muss jetzt nur irgendeinen Krieg geben. Vielleicht wäre hier Feuer was. Hat sich das gerade geheilt? Das heilt sich auch noch. Jetzt habe ich sein Baby getötet. Jetzt macht er wieder komische Geräusche. So. Jetzt bitte. Aha. Jetzt muss ich den Krieg machen. Ah. Da muss mir natürlich einen Krieg geben. Ein Landoktopus. Interessant. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant.